tada ja hier haben wir schon ein bisschen mehr und jetzt würde ich das tatsächlich tag 39 das ist der glas drin ja seitdem ich das hergestellt habe das siehst du mal wie lange du schon nicht da warst deiner frau einfach alleine okay so und zwar mein schatz ich habe mich ein bisschen informiert und ich werde jetzt tatsächlich versuchen ein paar tiere anzulocken ob das funktionieren wird ja das werden wir sehen das nehme ich eine echt lustige sache wie man die holt haben wir nicht immer hasen gehabt wo sind die ganzen hasen hin das war klar es ist es war halt einmal so klar dass sobald ich hier auf die jagd gehe hallo lieber tiwan schön dass du da bist diesen text habe ich nicht vorher geübt und er wurde auch nicht maschinell erstellt hallo ziege möchtest du mit kommen hallo ich habe den klaps gegeben so ist nicht aggressiv du bist aber aggressiv oder hallo hier ich habe die garung hallo hier die mit der fackel dein ernst du weißt was ich vorhabe okay jetzt muss ich jetzt ernsthaft jedes mal klatschen hallo connie nee das ist jetzt unser anderer spielstand damit wir den mit tiwan zusammenspielen die liebe tiwan ist nämlich mit dabei komm du auch mit komm mit komm mit ist ist das jetzt der ihr ernst ansonsten die einfach immer übelst aggressiv ja komm jetzt habe ich dich jetzt habe ich dich komm 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 ups ich hoffe der tötet mich jetzt nicht weil ich einfach hängen bleibe ja es funktioniert sehr sehr gut also ich langsam habe ich so eine nähe zu den tieren ich merke dass das wird was und einen wunderschönen guten abend connie habe ich das schon gesagt ich bin verwirrt ich wollte nicht sterben ach ja äh schatz wir haben eine riesen wir haben ein riesen loch in der mauer äh du sollst vielleicht ein bisschen vorsichtig sein es ist vielleicht ein bisschen dunkel lasst euch davon nicht verwirren ich habe tatsächlich den falschen weg genommen das ist es ist halt einfach es ist nachts so dunkel so unfassbar dunkel das ist aber okay hoffe ich ich hoffe halt nicht dass ich in irgendeine höhle reinfalle weil dennis vorbei na denn also dennis ähm ich bin jetzt nicht oft also ich kann jetzt nicht sagen dass ich oft gestorben bin aber ich kenne die koordinaten wo wir wohnen auswendig normalerweise laufe ich hier um das ganze wasser herum aber ja heute nicht ich sehe nichts aber ich habe so schiss dass ich in irgendein loch falle ich weiß halt auch nicht wie lange die sachen liegen bleiben ne mir ist halt schon so oft passiert dass die die dass die sachen despawned sind dass ich jetzt schon ein bisschen schiss habe bin ich jetzt die ganze zeit irgendwo gegen gelaufen naja sieht so aus äh ja der husten geht auch wieder aber ständig gab schmerzen da liegen meine sachen ach und da bist du ja mein freund hallo willst du mitkommen wir haben ein bisschen futter da so ja ich würde sagen auf ein neues und komm ich nenne ihn rami ok ist er noch hinter mir ja ja alles gut komm mit äh warte mal kurz ich muss mich ganz kurz orientieren wo sind wir denn jetzt oh rami rami vorsichtig du 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 tust mir weh rami wenn du möchtest wenn du in die familie aufgenommen werden möchtest darfst du mich nicht töten sonst kannst du es knicken das heißt ich kann auf die koordinaten grad nicht so gucken ich kann auch gerade nicht so auf den chat gucken weil ich äh bin ehrlich ich möchte nicht schon wieder sterben scheiße ist er noch hinter mir ich weiß nicht was schlimmer ist ihn jetzt zu verlieren ich hab ok ich bin hier da unten ist unser haus ok rami ich weiß wo es lang geht anstatt dass du im hellen machst du nudeln ja ich wusste ja nicht dass gleich nacht wird und dann bin ich schon losgelaufen und dann habe ich rami gefunden und jetzt habe ich ihm einen namen gegeben und jetzt will ich ihn haben rami wo bist du ich nenne ihn rammstein nein ne der ist weg der ist der händler der ist einfach weg rami wieso tust du mir das an ich wollte doch mein zuhause mit dir teilen das sind Hase also Hasen sind natürlich äh äh tatsächlich noch bescheidener äh zu fangen genauso wie Schweine und generell alles ist eigentlich alles nicht so schön äh muss am Wetter liegen aber auch Kopfweh ja das Wetter ist eh momentan zum Kohl ständig dieser Wind macht einen fertig ja ne nicht nur der Wind das ist halt einfach einfach so ein richtig äh wechselhaftes Wetter wieder ähm was ja eigentlich zu den meisten Problemen führt gut dann gehe ich jetzt nach Hause so rami alleine ohne dich so wir haben ja nämlich übrigens äh Krüge äh eigentlich für Tiere die kann man hier aber nicht auf normalen Wege fangen man muss äh mit Gewalt ja das ist oh ich hab kein Essen mehr das ist eine sehr sehr seltene also wir haben hier mittlerweile eigentlich genug Essen äh wie man unschwer erkennen kann ach komm no 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 wir haben halt so das richtig gute ähm nicht vegetarische Essen hihihi so so das ist unsere Ambus das ist hier unsere kleine Schmiede äh ich sollte mal die ganzen Nuggets mal hier runter ich könnte die auch mal langsam einschmelzen ich glaube das wäre mal äh ja sinnvoll ich wollte doch sowieso ja genau die muss ich nämlich noch backen wollte ich auch mal die Felder zeigen sind unsere Felder liebevoll angelegt äh tatsächlich hatte ich überall hier dieses äh 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 habe dann aber ähm ähm umorganisieren wollen und man kann das nicht abbauen man zerstört es halt einfach nur und dann habe ich alles zerstört ja das ist halt die Mühle ähm hier vorne äh äh ja stelle ich gerade äh Pfälle her äh die ich dann äh äh zu neuen Taschen und und Rüstungen dann verarbeiten kann wobei wir leider noch nicht genug also wir brauchen noch so Sachen für Sachen sprechen schwer äh Schatzi schlafen gut nicht sehr intelligent und äh der buddelt da unten das ist das ist aber das ist eben so ein Ding das äh macht er so gute Nacht wieso liege ich so weit unten was machst du mit mir nein hallo oh da draußen ist ein Wolf ich weiß gar nicht könnten Wölfe irgendwas aber warte mal die Wölfe reproduzieren sich doch auch oder wo ist denn mein Speer da ist mein Speer ich habe keine Spitzhacke mehr hä unten sind noch genug Spitzhackendinger oder ok ok du das ist gar kein Problem äh dann kann ich den Leuten ja gleich mal zeigen wie man schmiedet so man nimmt Kohle und kohlt erstmal hier rein äh dann zündet man die ganze Kohle an so so dann nimmt man den Barren drauf und fragt sich warum der Barren da nicht drauf geht hä ach weil das gar kein Barren ist oh da habe ich jetzt wieder eine rausgehauen äh und den richtigen Barren drauf natürlich äh so wieso hab ich können ah der Hammer ist oben ich mach den Hammer erstmal kaputt oh wieso ist es draußen so rot ah das ist die Morgengröte ok äh manchmal hat man nämlich auch so Wetterphänomene äh so hi du bist gruselig du stehst hier einfach rum während das schmilzt hole ich mal die ganzen anderen äh äh Dings Bums Dings haben wir hier eigentlich noch ja ok das hier ist leer dann kann man doch oh Gott ich bringe wieder so ein volles Inventar da kann ich nämlich äh hier natürlich auf dem Tisch wo brennt brennt man denn auch sonst seine Ziegel hä wo brennt ihr eure Ziegel natürlich auf dem Essenstisch oh man warum ich mit dem krank sein mit dem krank sein so ja was soll ich dazu sagen äh ich will mal ausprobieren ob ich das aus dem Blue Clay auch machen kann äh also diesen Hochbrennofen den ich äh gerade noch so bauen möchte äh dip 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 nein dafür reicht es nicht naja ok gut kann ich nicht kann ich nicht ok ich weiß ich weiß ich habe das schon verstanden ich will mich nur noch dazu äußern so so dann tun wir das ganze hier drauf und äh dann müssen wir gucken und zwar gibt es hier diese anderen Spitzk- äh äh Kopf Spitzkopf mhm Spitzhackenkopf äh dip 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 ich muss aber den anderen Hammer noch zusammen basteln nicht dass der Hammer hier kaputt geht und ich dann ewig weil ich glaube dass es auch richtig auskühlen kann also und das wollen wir ja nicht riskieren so und dann muss man das jetzt halt verschieben ja und so schmiedet man die ganze Möhre finde ich auch genial gelöst ok bye bye äh so so das kann man ja da oben noch äh äh rein zum das kann man raus machen dann ähm müssen wir ja jetzt nicht äh künstlich am Leben mal halten so und das äh kann man dann hier zur Seite schieben oh die Heule die Heule Wölfen wer kennt's nicht wer kennt's nicht so Schmiedermeisterin Selina so ja äh wir werden die anderen dann äh äh gleich komplett äh raushauen also die Möglichkeit hat man auch ach der Hammer ist kaputt ist nicht schlimm alles gut ich war vorbereitet darauf war ich nicht vorbereitet nein ähm so gestern noch mit dem Loch fertig geworden ne er hat irgendwann aufgegeben weil er dann keine Kraft mehr hat nein ich mob ihn nicht ich mob ihn nicht wir waren heute sogar noch einkaufen und äh hatten auch noch einen Termin um dort zu bleiben ja hihihi jetzt haben wir einfach ein Gartenbeet daraus gemacht so da ist das Möschi fertig das legen wir also das das heiß geschmiedete ähm Das Ding legen wir jetzt einfach in... Nein. Aber wir können schon mal das hier herstellen. Ja. Ist eigentlich... Nicht besser und nicht schlechter als die andere, oder? Nö. Nö. Es ist halt einfach nur, wenn man so schlau war und alle Sachen in Barren gegossen hat. Den kann man mal machen. Hast du mittlerweile eigentlich... Also du gräbst da die ganze Zeit dich nach Tumbuktu und hast noch kein einziges Mal irgendwas anderes als Kupfer erstgefunden, oder? Okay. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Das erste Tier, das ich finde... Ähm... Wird mein sein. Wir haben hier schon so viele Samen, fragt mich. So. Ich hoffe übrigens, dass die Bitrate das mitmacht. Ansonsten... Äh... Ja, ist doof. Okay. Also überall, wo Obsidian liegt. Da sind auch Obsidian-Steine drunter. Aber ja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt... Ah, hallo? Ja, genau, komm mit. Ich glaube, Wolf kann man halt auch so... Einfangen. Ja, es war jetzt... Nicht so klug. Äh, das nicht so kluge war, ich hätte vielleicht vorher ein Loch in die Wand hauen sollen. Und, äh... Und, äh, dann den Wolf anlocken. Äh, das wäre, glaube ich, hilfreich gewesen. Weil wenn der jetzt hier ankommen würde, dann würde der mich einfach, äh, gnadenlos fressen. Äh, nein, will ja die Bricks herstellen für den Turm. Welchen Turm? Ah, ich glaube... Ne, hier kommen wir nicht rein. Ach, Wölfchen. Du machst nur Probleme. Jetzt schon. Ich hoffe, ich kann den Zaun versetzen. Äh, nein. Weil hier hätten wir auf jeden Fall noch Platz. Aber ich würde sagen, bitte geh nicht kaputt. Geh einfach nicht kaputt, bitte, bitte, bitte. Ich war auch immer ein liebes Mädchen. Geh bitte nicht kaputt. Und er geht nicht kaputt. Sehr geil. Ach so, den Turm da oben. Warum brauchst du überhaupt einen Turm? Meinst du, wir bleiben hier? Okay. Du hast ja auch ein bisschen mit zu bestimmen. So ein bisschen. Wölfchen. Hallo, Wölfchen. Ja, komm, komm rein. Scheiße. Ist er drin? Ja. Ich weiß nur, dass ich fast tot bin. Ach komm, erzähl mir nicht, dass das nicht genug Platz ist für dich. Alter. Komm, reden. Nee, erzähl ich das doch nicht. Ich weiß nur, dass ich nicht weglau... Ach, bitte nicht. Nein, da... ach so. Ehrlich, wegen dem... Was blockiert dich denn da? Das ist doch... Hä? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ich tu dir mal ein bisschen weiter zur Seite. Ah, ich glaube aber, so eine Wolf und noch was anderes kann man hier nicht zusammenhalten. Ich glaube, das geht sich dann nicht aus. Kann ich halt nicht nachvollziehen, aber naja. Weil ich Bock hab. Okay. Ah, da bist du. Komm. Bitte, 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 bitte. Ich weiß, dass du es auch willst. Oh, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Oh, Gott. Junge, bleib ruhig. Also, Schatz. Du hast das jetzt gesehen. Wir haben jetzt ein wildes Tier. Okay? Ich weiß noch nicht, ob man damit irgendwas füttern muss. Ich weiß auch nicht, ob man noch einen weißen Wolf dazu holen muss und die dann Babys haben oder... Ich kenn mich da noch nicht aus. Ich weiß noch nicht mal, ob überhaupt der Wolf irgendwann zahm wird. Isst du das? Ich weiß jetzt schon, dass er mir auf die Nerven gehen wird. Mit seinem Rumgeheule. Ich brauch noch einen Zaun. Ich brauch mehr Zaun. Eindeutig mehr Zaun. Ich hab einen Wolf gefangen und der trägt deinen Namen. Das hat nicht gereicht. Toll. Scheibencluster. Ich bin mal gespannt. Ob ich den Wolf vielleicht mit Fleisch füttern muss. Hier, das esse ich. Ja, noch knurrst er mich an. Warte, bald sind wir Freunde. Ist Fleisch. Okay. Ich glaub, der mag mich nicht. Keil. Nee, ich hab nämlich gelesen, die werden mit der Zeit, werden die halt zutraulicher. Und irgendwann, äh, ähm, also dass halt die Böcke zum Beispiel dich dann irgendwann nicht mehr angreifen und so. Äh, äh, also die Schafsböcke. Das ist eine Leiter. Das ist der Zaun. Und ich weiß halt nicht, ob... Äh, äh, könntest du... Okay, wir machen das anders. Komm her. Ja, sehr schön. Hast du schon was gegessen? Oh, er hat tatsächlich... Ich... Nee. Der hat daraus nicht gegessen. Hm. Okay. Ich weiß halt auch nicht, was er isst. Man muss die schon füttern. Ich hab schon wieder vergessen, wie das heißt. Da. Äh, fitting large animals with grain to present to a dry grass. Äh, small. Fitting a small animal with grain, one proportion. Ja, das ist halt die Frage. Ist das so? Huch. Tut mir nicht weh. Das war so nicht geplant. Nein, nein, nein. Man kann also ein richtiges Gatter machen, ne? Tja, Wolf, du bist jetzt... Äh, nein. Ich glaub, man braucht das ja nicht. Nee, brauchst du, brauchst du nicht. Für diejenigen, die sich fragen, was ich versucht habe. Ich weiß es selber nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und, äh, bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat der kleine Zusammenschnitt vom Livestream gefallen. Wer den ganzen Livestream sehen möchte, Link ist in der Beschreibung. Und wer das Spiel kaufen möchte, Link ist in der Beschreibung. Bye, bye.